Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, lasst mir einen Tonnen da. Das war der Montagswitz für die Woche. Okay. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat. Ja, der ist so lustig. Den haben sie gar nicht lustig gefunden. Okay. Fuck it. Der Montagswitz.